Ach du schöner fußball gary linnecker sagt einmal 22 männer jagen 90 minuten einem ball nach und am ende gewinnen die deutschen doch gewinnt wirklich jeder deutsche was wenn ich dir sage dass du der verlierer bist egal wie das spiel ausgeht ich werde dir jetzt ein paar merkwürdige zufälle mit auf den weg geben entscheide selbst was du davon hältst 19.06.2006 deutschland schlägt spanien bei der wm 3 zu 1 und der bundesrat hat die hände voll zu tun Er beschließt offiziell die mehrwertsteuer von 16 auf 19 prozent zu erhöhen jetzt zwölf jahre später kräht kein hahn mehr danach 7.07.2010 deutschland verliert das halbfinale der wm gegen spanien nur einen tag vorher beschloss das parlament dass der krankenkassensatz von 14,9 auf 15,5 prozent steigt ging es den kassen denn wirklich so schlecht wohl kaum 2017 erzielten die krankenkassen ein überschuss von sage und schreibe 3,1 milliarden euro ja milliarden insgesamt haben die 110 verschiedenen krankenkassen in deutschland rücklagen in höhe von 19 milliarden euro da fragt man sich was krankenkassen eigentlich mit solch mengen an rücklagen anfangen vermutlich die nächste bootstour auf die malediven für den vorstand 28.06.2012 deutschland gegen italien zu dem zeitpunkt sind angeblich nur 26 abgeordnete im kabinett und beschließen das meldegesetz in weniger als einer einzigen minute genau genommen in 57 sekunden rekordverdächtig dieses gesetz besagt dass der staat seine daten an firmen und adresshändler verkaufen darf ohne deine genehmigung zu besitzen du musst vorher ausdrücklich widersprochen haben zur wm 2014 beschließen die verbliebenen abgeordneten eine reform der lebensversicherung die zu wesentlich höheren beiträgen führt die em 2016 bringt ein gesetz zur erbschaftssteuer mit sich welche vor allem vorsieht die reichen in deutschland zu bevorteilen dieses gesetz ist jedoch im letzten schritt im bundestag gescheitert 5.06.2018 ein gesetzesentwurf der union und spd sieht vor die staatlichen zuschüsse für parteien von 165 auf 190 millionen euro anzuheben Begründet wird das ganze mit der zusätzlichen arbeit die durch die digitale kommunikation entsteht also social media und co da stellt sich natürlich die frage ob er schaffe dich neu das budget auch um 25 millionen euro anheben sollte der schatzmeister der spd dietmann itan wurde gefragt ob der termin bewusst so geschickt gewählt wurde der o-ton wie folgt die wm verändert die entscheidung des bundestages nicht auch wurde das gesetz nicht bewusst zum start der fußballwm verabschiedet na dann glauben wir dem guten dietmann doch einmal freunde denn das könnten natürlich alles zufälle sein frank die roosevelt ein ehemaliger präsident der vereinigten staaten hat einmal gesagt in der politik geschieht nichts zufällig wenn etwas geschieht dann kann man sich sicher sein dass es auch auf dieser weise geplant war aber warum warum nutzt man diese veranstaltung das ist ganz simpel die öffentlichkeit ist abgelenkt die presse ist abgelenkt ja selbst die eigenen politiker sind abgelenkt wie am 28.06.2012 wo angeblich gerade einmal 26 abgeordnete im bundestag anwesend waren nur zum vergleich es gibt momentan circa 630 plätze der aufschrei ist kleiner es ist einfacher abzuschließen und die richtig unangenehmen dinge werden weniger unangenehm es war übrigens gar nicht so einfach diese daten zu recherchieren weil kaum jemand darüber schreibt alle artikel die ich finden konnte findest du in der beschreibung verstehe mich nicht falsch ich liebe fußball ich bin bekennender fan aber ich lasse mich dennoch nicht von der hinterhältigkeit dieser politik blenden eine frage die selbstverständlich jetzt auftaucht was kann ich dagegen tun denn es aufschreien mache dinge die ich mache teile zum beispiel diese botschaft teile dieses video mache freunde und bekannte aufmerksam auf diese dinge jede stimme kann etwas bewirken denn letzten endes wird über dein leben entschieden und wer gar nichts macht der macht auch etwas